Willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich mal so eher die naturbelassenen Trails fahren und hier in Brutnoff. Und dazu bin ich jetzt mal hier im Wald und bin auf der Suche nach einen seltsamen Geschöpf. Und ich glaube, ich sehe auch schon nach vorne eins dort. Seht ihr? Da ist ein Mountainbike in seinem natürlichen Lebensraum. Das muss man ganz langsam da hinschleichen. Das scheint schon gezähmt zu sein und haut gar nicht ab. Ja, das scheint schon sehr zahm zu sein. Da gehen wir doch mal hin. Ja, nein Leute, ein bisschen Quatsch muss ja auch mal sein. Ne, aber mal ab. Heute wollte ich mal so ein bisschen die natürlicheren Trails hier fahren. Schauen wir uns auch mal an. Hier gibt es viel Auswahl an allem und nehmen wir heute mal die. Also ab auf den Trail. ich mache das von einem neuen Trails hier habe und verscha jedem bei dir. sehr schön so ich habe auch ein sehr schöner trail den ich auch eigentlich schon oder den ich die letzten jahre gar nicht gefahren war und mich jetzt gerade frage warum jetzt kreuzen wir mal wieder und auf der anderen seite geht es weiter dann endet der rote hier und geht dann zum schluss auf der blauen weiter so wollen wir mal starten der trail heißt adr und geht gleich erstmal ein stück bergauf los ja 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 Und über den Bunker drüber. Sehr schön. Jetzt muss ich aber auch mal den richtigen Gang wählen. Zu leicht bringt mir auch nichts. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sehr schön So, rechts unten ist die Zuglinie, wo wir Wir haben gerade das Quietschen gehört hatten Okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja! 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 Oh ja!